Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne! Hallo Leute, es ist mal wieder soweit. Am Sonntag, den 11. November, findet unser Martinsumstück statt. Wir treffen uns kurz vor 6 am Otto-Hahn-Straße. Perfekt Timing. Wir laden euch herzlich ein bei unserem Martinsumzug. Alle Kinder sollen ihre Laterne mitbringen. Wir laufen mit unseren Laternen durch den Stadtteil. Und dabei singen wir noch Lieder dazu. Wenn ich zum Martinsumzug komme, kriegt auch leider kein Martinsmännchen. Alle kommen, es wird ein super Fest! Wer zurück sind, wird es auch essen und trinken. Peace out! Oh, jetzt kommt wieder der andere. Er ist voll Lasermann.